Guten Morgen, Sonntag, Vormittag, halb 10 ungefähr. Ich bin in Wolfsburg mit meinen Eltern, habe da gestern noch gesehen, aber im letzten Video bei diesem Konzert im Schrill, das ich organisiert habe mit Katie aus England, die ist auch oben, Timon halb Penn noch und bevor das hier alles losgeht, gehe ich erstmal noch ein Laufen, das ist nämlich richtig schönes Wetter. Knapp sieben Kilometer gelaufen, ungefähr 97 Minuten gebraucht, jetzt haben wir das schon mal aus dem Weg und jetzt geht es los. Keine 10 Cent? Keine 20? Hallo Simon. 10 Cent? 20 Cent? Jetzt geht es los hier. Keine 10 Cent? Keine 20? Wirklich nicht gemacht gerade. Hab ich nicht. Methangas. Hab ich wirklich nicht, seid ihr dumm? Dann war es Simons selbst, Alter. Das war Simon. Ich war's für dich. Macht das gut, ne? Wir sprechen noch. Tschüssi. Endlich wieder bei halb alter Wohnung inzwischen. Hier geht es mal hoch und holen ein bisschen Equipment, damit wir heute Abend filmen können. Ein paar Songs, wie ich vorhin kurz erwähnt habe. Du fand Katie heute Abend und jetzt spontan noch was anderes. Jetzt überlegst du so eine Crowdfunding-Geschichte zu machen und brauchst dafür ein Video. Und spontan und flexibel wir sind, haben wir natürlich ja gesagt. Das heißt, wir machen heute Abend auch noch so ein kleines Intro wieder dafür. Nehmen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß ab. Du, sei. Hier hast du mal gewohnt. Das heißt, noch damals. Ja, ja. Geil. Endlich mal wieder was schritten. Hab ich nicht gemacht. Ab und schrill. Ein paar Sachen aufbauen, alles vorbereiten, ein paar Videotests machen. Hier vorne ist schon Hello Guys. Ist sicher hier? Bis zum nächsten Mal. So, wie ist es? Das ist so, wie Sie sagen? Musik 10 vor 6, in meinem Schrill gerade, Soundcheck ist fertig, ein paar Sachen aufgebaut und machen jetzt die ganze Zeit schon Videos, ist echt ein bisschen tricky, ich muss halt echt sagen, ich kenne mich mit so Sound-Sachen und Mischpulten und diesen ganzen Sachen eigentlich gar nicht aus, oder nicht so gut, ich kann so die Grundlagen, hab mir dann immer ein bisschen auf andere Leute angewiesen, die ja auch arbeiten, von daher haben wir das jetzt alles nur durchgezogen, ist ganz cool soweit, jetzt müssen gleich die ersten Leute kommen und ungefähr eine Stunde geht's los, mal gucken wie die ganze Sache läuft, Ich bin gespannt, muss ich sagen, aber Reservierungen sehen richtig gut aus, von daher denke ich mal, wird das eine rumne Nummer weiter. Auftritt ist rum, alles sehr gut geklappt, besser als beim letzten Mal irgendwie, ich weiß nicht genau, wir haben diesmal die PA benutzt und ich einen kleinen Verstärker für den Gesang und die Gitarre hat Bock gemacht, Hype und Tobi, die beiden hier gerade nochmal im Video gesehen haben, haben während des ganzen Auftritts Videos gemacht für uns, für Neustrittenmedia und für Katie, die unsere Verwendung hat und für ihre Crowdfunding-Kampagne, die sie jetzt demnächst startet, auch richtig cool, dass wir dann was machen konnten, jetzt sammeln wir hier alles ein, bauen ab und zusammen, dann geht's nach Hause und da gibt's erstmal richtig fettes zu essen und ein Glas Weißwein. Das ist jetzt zu Ende, 1 Uhr, hast du die ganze Zeit gelabert und jetzt, jetzt ins Bett, jetzt bist du noch ein Glas wein und dann wird gepennt. Tschüss. Aber jetzt mal ernsthaft, ich hab mir gerade noch oben gesessen, sitzt wirklich ein Uhr, mit Katie noch ein bisschen gequatscht, cooler Tag, coole Woche eigentlich, weil die letzten paar Tage hat echt Spaß gemacht, uhr viel los gewesen, das freut mich auf den nächsten Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.